Heute habe ich wieder von Fans einen Wunsch umgesetzt, drei Arten von Gegenstände kaufen. Ja Leute, Gegenstände im Alltag, da, dies, da, überall Gegenstände hier auf der Welt. Nummer eins der Gegenstände kaufen ist so, irgendwann haben wir kein Bargeld mehr, auf jeden Fall. Dann bezahlen wir hier nur noch mit Karte, einfach bargeldlos so. Nummer zwei gibt ja hier die verschiedenen Unternehmen auf jeden Fall, wo du erst, also die bezahlen für dich, erst zahlen und dann kannst du später bezahlen. Also die kaufen für dich das, machen ja verschiedene Unternehmen Leute, this is tricky, aber man kann schnell in die Schuldenfalle und den Überblick verlieren Leute. Nummer drei, die letzte Art von Gegenstand kaufen ist, hier, dann, wir bezahlen hier noch mit Bargeld, also dieses Geld zum Anfassen, also ohne Karte Leute, Leute, jihihi.